Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zum Monster Hunter Generations Ultimate. Wir befinden uns in den 10 Sterne Quests. Das sind quasi nochmal die Herausforderungsquests nach der eigentlichen Story hier im Village beziehungsweise auf dem Eratorium. Wie man gerade sieht bin ich mit meiner kleinen Katzen Gang unterwegs, weil ich, die habe ich ein bisschen vorgezogen, die Katzenquests, weil ich noch auf Sachen von meiner Farm warte, um mir wieder Nährstoffe craften zu können. Die sind mir nämlich ausgegangen. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, jetzt steht mir noch eine sehr unangenehme Katzenquest bevor. Und zwar soll ich ein Duramboros die Hörner brechen. Duramboros ist ein Riesenviech, das die Hörner auf den Rücken trägt. Und ich bin eine kleine Katze, die quasi unter ihm steht. Das klingt nicht allzu einfach und wird es wahrscheinlich nicht, auch nicht sein. Oh, es gibt hier noch, äh... Hä? Ah, doch, die habe ich doch, wollte ich schon sagen. Die habe ich doch schon erledigt, ja. Ähm, genau. Duramboros Höcker-Zerstörer. Na, Kumpel, immer noch Lust, ein paar Körperteile klein zu machen? Dachte ich mir doch. Wie wäre es denn mal mit einem Duramboros Höcker? Ignorier den Schwanz, darum geht es diesmal nicht. Also wirf einen Duramboros um und ran an die Höcker. Genau, ich habe mich nur gefragt, wie ich als Katze das bewerkstelligen soll, den Duramboros umzuschmeißen. Klar, ich muss luftige Attacken auf ihn machen, damit er irgendwann umfällt. Man kann von Kanten abspringen. Aber ich habe mir nochmal das Moveset der Katzen ein bisschen angeguckt und dabei ein, zwei neue Sachen gelernt. Erste neue Sache tut nichts zur Sache. Ja, aber ich kann dieses komische Wheel schneller ausführen, indem ich erst... Indem ich erst... ...diese Attacke mache und jetzt müsste er schon, genau, das Wheel direkt machen. Normalerweise brauche ich ja fünf Attacken dafür, wenn ich einfach den X-Knopf durchdrücke. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Wenn ich aber die erste Attacke mit dem R-Knopf mache, macht er ja generell schon mal so einen Aufwärtsschwinger. Und dann ist die dritte Attacke nämlich das Wheel. Das wusste ich noch nicht. Tut aber hier nichts zur Sache. Dann habe ich noch eine neue Attacke kennengelernt. Die macht in der Tat Luftschmeißen und das muss ich jetzt mal ausprobieren. Erst den Bumerang werfen, zack, genau, und dann hinterher düsen. Bam. Ja, das soll angeblich Luftschaden machen. Damit soll man ihn relativ einfach umschmeißen können. Ansonsten war noch ein paar Tipps dabei, wie Fallen benutzen, wenn man halt eine Katze hat, die Fallen stellen kann. Das ist ja eine meiner Begleiterkatzen. Blitzbomben und die Rage-Katze. Keine Ahnung, welche das genau ist. Ich habe auch mittlerweile herausgefunden, was dieses komische rote Zeichen ist, was ich manchmal über meinem Kopf habe. Dann ist die Katze nämlich im Rage-Modus und dann auch nochmal ein bestimmtes neues Moveset. Und viele der Moves in diesem Rage-Modus machen wohl auch Luftschaden, was halt auch dazu führt, dass man den Duramboros umschmeißt. Also wenn man eine Katze benutzt, die sich aktiv in Rage versetzen kann, Furious nennt sich der Style auf Englisch, soll das wohl auch relativ gut gehen. Aber ich probiere es jetzt erstmal mit dieser Attacke, mit dem Bumerang, zack und hinterher und ja, den Fallen, die meine Begleiterkatzen hoffentlich ab und zu mal aufstellen und gucken mal, wie weit ich komme. Da ist er schon, der Duramboros. So. Ach shit, jetzt hat es schon mal nicht geklappt, weil ich gerade hier rumkaue, natürlich. Okay, okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist dann natürlich alles sehr verzögert mit meinem Bumerang. Ja, das sah ganz gut aus. Da habe ich, glaube ich, auch mal den Luftschaden aufblitzen sehen. Der macht nämlich immer so einen hellen Blitz. Oh Gott, ich muss aber viel näher ran. Ja, das sieht doch ganz gut aus vom Schaden her. Zumindest von der Art des Schadens. Wie lange das jetzt wirklich braucht, wie sich ihn umgeschmissen habe, keine Ahnung. Aus diesem Move kann man ihn wohl auch mit einer Blitzbombe ganz gut rausholen. Dann landet er auch so, dass man die Höcker bearbeiten kann. Aber da traue ich mich jetzt gerade erstmal nicht so dran. Oh ne, das war nicht schnell genug. Na, das kann ja was geben. Einmal voll auf ihn drauf gebratzt. Das ist echt eine ekelige Quest, aber in letzter Zeit sind ja alle Quests ekelig, wo man Monster-Teile abbrechen muss als Katze. Ich bin echt mal gespannt, ob das klappt, ob der gleich mal irgendwann liegt, aber ich gehe eigentlich fast davon aus. Weil vom Schadenssymbol sieht das echt ganz gut aus. Hoppla. Aber gut, das ist jetzt das erste Mal umschmeißen. Da ist er eh empfindlich gegen umschmeißen. Dann frage ich mich ja doch, wie lange das später nochmal dauern soll, wenn ich ihn irgendwie noch ein zweites oder drittes Mal umschmeißen muss. Oh, oh, er liegt. Cool. Und so macht man, glaube ich, auch nochmal Schaden auf seine Hörner, wenn man auf seinem Rücken sitzt. Aber es ist wahrscheinlich wie ein Monster Hunter World. Da sieht man ja auch die ganze Zeit, ein Schaden wird angezeigt. Nicht allzu viel. Aber Kleinvieh macht halt auch Mist. Komm, gib's dem Höcker, kleine Katze. Boah, jetzt muss ich noch auf die andere Seite kommen. Naja, immerhin hatte ich ihn einmal umgeschubst. Also es funktioniert immerhin, was ich hier tue. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ich weiß nur nicht, wie lange es jetzt hier wirklich dauern wird, bis das nochmal klappt. Dass ich ihn hier umgeschmissen habe. Weil das beim ersten Mal hat schon einige Boomerangs gekostet. Und wie gesagt, da war er noch empfindlich gegen Umwerfen. Das ist er jetzt nicht mehr. Boah. Aber Geduld ist ja meine Stärke. Von daher überhaupt kein Thema. Oh. Uh, da habe ich jetzt irgendwie gerade nicht drauf geachtet, weil ich mal gerade kurz wieder von meinem Aufnahmegerät abgelenkt war. Fuck. Naja. Gibt Schlimmeres, als eine Eichel zu schlucken. Und direkt wieder einen übergebraten bekommen. So. Das war ein guter Treffer. Aua. Das Gute ist, man kann ja auch als Katze dreimal ausweichen hintereinander, relativ schnell. Das hilft auch gut, um von ihm wieder wegzukommen. Wow. Oh oh. Ich habe nicht gesehen, dass er sich dabei auf mich zubewegt. Das war natürlich auch etwas. Oh. Nochmal. Aber ich finde doch, dass mich diese Katzen mal heilen könnten. Da kommt schon die erste Heilung. Oh nein. Er hat mitten in der Heilung eins übergebraten gekriegt von seinem Schwanz. Das ist ja auch schon wieder super ärgerlich. Ah nein. Doch. Das hat auch gerade noch getroffen. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich finde, das läuft eigentlich ganz gut. Aber ob das jetzt noch zwei oder drei Stunden dauert, kann ich natürlich auch nicht so ganz genau sagen. Ich könnte auch echt mal so eine große Heilung von meinen Kollegen hier gebrauchen. So was zum Beispiel. Genau. Genau. Oh, mitten runtergeworfen. Das gibt es ja gar nicht. Geh weg, geh weg Katze. Wo bin ich hier? What the fuck? Ah, ich bin wütend. So. Aber ich glaube, ich bin so lange wütend. Zumindest eine Zeit lang, bis ich irgendwie dodge oder so. Aber wo jetzt hier genau der Luftschaden herkommt, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Und die nächste Eichel. Deswegen, weil ich mir auch irgendwie schon gedacht habe, dass ich das mit der wütenden Katze nicht so ganz raffe, habe ich mir auch ausgesucht, diese Strategie gar nicht erst zu verwenden. Aber ich habe überall gelesen, mit so einer Furious-Katze ist das völlig easy. Aber ich habe es nicht so ganz gerafft, ehrlich gesagt, wie es funktioniert. Und das war, glaube ich, auch ganz gut gewesen. Ich mache es lieber so auf die langsame Art. Ui. Wenn das die, wenn die Furious-Art überhaupt die schnelle Art ist, keine Ahnung. Wenn man sich hier dran einmal gewöhnt hat, geht das doch auch ganz fluffig. Aua. Ist er denn, man steht mitten unter seinem Schwanz, dann ist es nicht ganz so cool. Oh, das war jetzt gar nicht so geplant. Oh, und schon wieder voll auf den Dads. Ja, man sieht es genau. Wenn man die erste Ausweichrolle macht, ist das wütende Symbol auf jeden Fall wieder weg. Das hatte ich irgendwie auch so in der Erinnerung. Oh, Hilfe. Nein, du sollst hier keine... Warum fängt der jetzt an, Insekten zu fangen? Ich glaube es ja nicht. Komm, geh weg, Junge. Lass mich in Ruhe. Okay, ihn zieht es nach da hinten hin. Dann nichts wie hinterher. Ah, voll dran vorbei gechargt. Er geifert. Er geifert. Ich sehe es genau. Boah, das war Knappikowski. Oh Gott, er macht schon wieder seinen Dreher. Aber da liegt eine Falle. Oh, cool. Hat es ihn irgendwie wieder auf die Beine gebracht, was ich hier gemacht habe oder wie? Keine Ahnung. Wo ist die Falle? Hier ist die Falle. Komm mal hier hin, mein Freund. Bringt mir das irgendwas? Ja, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Naja, die letzten haben jetzt nicht mehr gereicht, um seinen Höcker zu bearbeiten. Ich bin echt mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich seinen Höcker da klein habe. Au, 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 dass er in dem Moment seinen Kopf zurückzieht. Das war natürlich auch schon wieder fies gewesen. Okay, wenn ich jetzt sterbe, bin ich auf jeden Fall im Lager. Da wäre echt eine Heilung nochmal ganz cool, Jungs. Danke. Oh, nein. Boah, das war knapp. Und er liegt schon wieder und wieder auf die Höcker. Komm, Junge. Komm, Junge. Boah, das hat immer noch nicht gereicht. Boah, das hat immer noch nicht gereicht. Aber es war mir schon klar, dass das ein bisschen anstrengender und aufwendiger wird und nicht von jetzt auf gleich erledigt ist. Ich hoffe, das ist kein Humpeln, was er hier an den Tag legt. Das fände ich doch extrem scheiße, aber ich glaube, es ist nur sein normaler Gang, oder? Oh, Junge. Was treibst du denn hier, Dolles? Er legt einen Rückwärtsgang ein. Das ist auch immer geil. Wenn der Duramboros versucht, rückwärts zu rangieren. Ein Bild für die Götter. Aua. Das hätte beinahe gesessen, aber nur beinahe. Wen versuchst du? Oh, falscher Knopf. Äh, nee, das war jetzt doch, ich habe ihn irgendwie einmal getroffen. Aber ich glaube, wenn er das nächste Mal auf dem Rücken liegt, werde ich doch eher versuchen, nochmal meine Fünffach-Kombo durchzuziehen. Weil nach der Dreifach-Kombo reichte die Zeit eh nicht, um noch irgendeinen Schlag zu landen. Und ich glaube, mit der Fünffach-Kombo würde ich ihn eventuell ganz treffen. Den Hocker, natürlich. Oh, er ist wütend. Wütend ist nie ein gutes Zeichen. Ui, ui, ui. Ach, schade. Ich dachte, ich stehe weit genug unter ihm, um ihn irgendwie die Beine angreifen zu können, weiter mit Luftattacken. Aber das war leider nicht der Fall gewesen. Wie ihm der Dampf überall rauskommt, wenn er wütend ist. Naja, den Schwanz nochmal erwischt. Was macht er da für Anstalten? Ah, nein, falscher Knopf. Shit. Aber eigentlich läuft das doch hier super mit den Luftattacken gegen ihn. Und er wechselt schon wieder das Gebiet. Ich weiß nur nicht, ob ich das alles hinbekomme, bevor er letztendlich drauf geht. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Aber er humpelt noch nicht, von daher... Noch bin ich da relaxed. Eine Falle! Komm her, du Rambos. Ach nee, er frisst da hinten. Scheiße, da muss ich ihn erstmal rausholen. Ah. Das wäre jetzt natürlich ein schöner Moment für ein paar Luftangriffe gewesen. Aber jetzt bist du, glaube ich, fertig, oder? Ja, dann komm doch mal hier hinten hin. Ja, die Richtung ist schon nicht schlecht. Ah, nein! Ein Millimeter zu wenig. Ah, jetzt ist er drin. Sauber. Ja, aber die Fünffach-Kombo da durchzuziehen, ist, glaube ich, doch auf jeden Fall die bessere Wahl. Und ich schätze mal, auch von meinen Luftattacken, sollte er ja bald mal wieder liegen. Ah, es hat mich einmal erwischt, aber ich bin noch drin. Jetzt müsste er doch wirklich bald hier mal wieder was an den Tag legen. Aua. Und wenn es geht, nicht seinen Schwanz auf meinem Kopf, sondern selber einfach mal am Boden liegen. Ja, ich bin schon wieder ausgeflippt. Wenn ich mal wüsste, was man hier jetzt genauer machen muss, wenn er ausgeflippt ist. Weil so sieht es mir ja eigentlich nach ganz normalen Attacken aus. Er hat auf jeden Fall diese Wisch-Attacke. Oh, oh. Ich könnte auch mal wieder das hier rausholen. Das macht mir ja, habe ich mal nachgeguckt, auch noch mal ein bisschen mehr Schaden. Nee, das hat aber nicht gereicht. Oh, oh. Ich glaube, er haut mich schon wieder um. So, der Buff ist auf jeden Fall raus, aber er moscht mich einmal. Mann, irgendwann muss er doch mal wieder liegen. Oh, ich glaube, der Duramboross selbst ist auch wieder wütend. Oh, oh. Ich glaube, jetzt gehe ich drauf. Ah, nee, doch nicht. Boah, das war auch noch mal eine Heilung in letzter Sekunde. Und er liegt wieder sehr schön. Komm, beruhig dich. Ja, es hat gereicht. Ich habe das Hauptziel erfüllt. Ja, ich muss sagen, ich glaube, ohne mich ein bisschen zu informieren, hätte das nicht so gut geklampft, aber vor der Quest hatte ich ja echt ein bisschen Bammel, wie ich das überhaupt so alles hinbekommen soll. Aber sehr, sehr cool. Ich habe es geschafft. Das war eine gute Taktik. Die Fallen, dieser Luftangriff, das hat ja schon gereicht, um das alles zu schaffen hier. Sauber, sauber, sauber. Ja, sehr nice. Dann schaue ich mal, ob das alles war an Katzenquests, aber eventuell kommt auch noch eine. Ich meine, das wäre die letzten Male auch noch immer so gewesen, dass irgendwie eine finale Quest noch mal kommt. Ah, nee. Oh, sehr gut. Alle Katzenquests geschafft. Und keiner, der mich dafür irgendwie mal, der da mir irgendwie ein Wort des Lobes für mich übrig hat, ne? Es ist echt eine Unverschämtheit. Man macht die Quests einfach so und keiner weiß es zu schätzen. Aber ich fühle mich in meiner normalen Form, ich bin in meiner normalen Form zurück und fühle mich natürlich gleich wieder sehr viel besser und ich müsste hier auch mal das Zeugs abholen können. Genau, was ich bestellt habe. Götterkäfer, Honig, Honig. Eine Riesenhornfliege, was auch immer das ist und was ich damit anfangen soll. Von diesem Insekten-Schrott hier, Schmetterlingskäfer, müsste ich auch so ungefähr unendlich haben mittlerweile. Warte mal, da steht es ja. Ach ja, in der Truhe sind 999 oder zumindest mehr wird nicht angezeigt. Keine Ahnung, ob noch wirklich mehr in die Truhe geht oder ob der Rest dann einfach verschrottet wird. Ich kann es nicht sagen. So, ich gehe jetzt erstmal gucken, wie viel Tränke ich hier brauen kann, wie viel Mega-Nährstoffe. Und danach entscheide ich, was ich weiter in meiner Farm anbaue. So, erstmal normale Nährstoffe. Auf jeden Fall schon mal 60 Stück. Mega-Nährstoffe dann wahrscheinlich auch entsprechend. Und dann werde ich nochmal ein paar Götterkäfer auf Vorrat anbauen. Blaupilze habe ich ja eh noch genug. Aber ich schätze mal, wenn ich nochmal so zwei Rutschen Götterkäfer mache, habe ich so 120 Götterkäfer. Das heißt, dann bin ich auch mit Mega-Nährstoffen erstmal ausgefarmt und brauche auch immer noch keine Pilze. Meinen Pilz könnte ich zur Not auch anbauen, aber das muss ich noch nicht. Eher weiter Honig und Götterkäfer. So. Genau, Götterkäfer und Honig baue ich weiter an. Das mache ich auch noch eben. Händler, Objektbestellung. So, Götterkäfer. Sehr gut. Ne, der ist ausgepowert. Nehmen wir den. Genau. Zehn Runden. Und noch einen großen Extrapfel dazu. Hier stellen wir auch nochmal auf Götterkäfer um. Der ist auch gut. Zehn Runden. Und Extrapfel dabei. Und du kannst auf Honig bleiben. Muss ich nur den richtigen Kameraden erwischen. Er ist auch ausgepowert. Er nicht. Sehr gut. Und auch noch ein großer Extrapfel. Und zack ist die Farm auch wieder auf Kurs. Muss ich sonst noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Jetzt noch irgendwas Neues anzufangen, lohnt glaube ich nicht. Ich beende die Folge an der Stelle mal. Beziehungsweise ich gucke mal nächstes Mal. Ich schaue nochmal kurz rein, was mich nächstes Mal erwartet. Dann kann ich mich darauf schon mal vorbereiten. Den Controller wechseln kann ich auch nochmal zwischendurch. Ein Dämonio nochmal erjagen. Der alles Verschlingende. Habe ich das nicht letztens erst gemacht? Nicht, dass das wieder so eine Quest ist, die beliebig oft auftaucht. Die Enteignung. Na, ich glaube nicht. Dämonio und zwei Barriotte. Boah, zwei Barriotte wird auch eklig werden. Aber egal. Das schauen wir uns dann später an. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.